Moin Leute, hier ist es zurück bei Halo Infinite Multiplayer Schlacht mit großen Teams Ich habe vorher schon mal ein bisschen gespielt, wir haben ein bisschen eingespielt Leider ist das Spiel nicht abgestürzt, komischerweise, warum auch immer Aber nichtsdestotrotz, Season 2 geht immer noch 91 Tage und das Spiel ist immer noch gut Ich habe den Game Pass Ultimate, deswegen ist man wieder an der Zeit, ein bisschen Halo zu spielen, weil ich Bock drauf habe Es gibt natürlich genug Spieler, die mich hier so abziehen können, weil ich nicht viel gespielt habe Aber im Prinzip ist es ein einfaches Multiplayer Spiel hier, weil man muss sich hier nicht großartig irgendwie mit Ausrüstung beschäftigen Die Waffen konfigurieren oder so, nein, man geht hier einfach rein und ballert rum, so einfach ist das So, Deadlock, Hamstern, okay Mal schauen wie das Team ist, wie wir uns zu schlagen, es gibt auch eine neue Map hier, habe ich gesehen Das ist hier jetzt immer nicht Und ja, wir schauen einfach mal, was wir hier so hinkriegen, wie das Team so läuft Bin ich mal gespannt Da krieg ich auch ein bisschen was hin, mal gucken Mal abwarzen So Wir brauchen diese Energiekerne, Spartan, finde sie Ich fahre auch mit Oh, dann nicht Welche Waffen nehmen wir da mal mit So, Energiekerne, wo sind sie denn? Da hinten Die müssen wir zum, äh, zu unseren, ja, Punkt bringen Also Es ist Äh, okay, aber der Macker, der hat es auf jeden Fall drauf Habt ihr gerade gesehen, ne? Der hat es auf jeden Fall eben drauf gehabt, ey Dung, 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 wie das gemacht hat, weiß ich nicht Aber er hat es auf jeden Fall gut hingekriegt So Plasma-Granaten aufgenommen Einen Energiekern näher an Sie Boah Na ja Ihr Team hat halbe Energie erreicht Nice Ja, wie gesagt, du müsstest die Energiekerne hier sammeln Und dann halt zu unserem Punkt bringen und wieder reinstecken Ihr Team benötigt noch einen Energiekern Ihr Team hat gepunktet Energiekerne sind auf dem Weg Nein, ich bin schon wieder falsch Ich drücke immer den falschen Klopp Ich würde mal eh drücken fürs Hauen Das war falsch So, okay, wir haben jetzt aber einen Punkt gemacht Das ist schon mal sehr gut Na, was explodiert er gerade Gibt ja mehrere Spielmodi Showdown, Capture the Flag und so Die Kanona geschossen, oder was? Schon Nice Oh, hier sind sie senden Das ist nicht so gut Unser Team hat einen Energiekern geladen Oh, voll erwischt Oh je Du hast etwas fallen gelassen Bring den Kern zurück zur Basis Ich kann ihn wegschmeißen Den Energiekern näher an Sie Äh, ich hätte ihn gerne weggeschmissen Den Energiekern, damit er hier auf der Seite liegt Naja Wir machen aber weiter Wir geben nicht auf Wir machen weiter Aber die anderen sind gerade besser Haben wir jetzt noch einen Vorteil anscheinend Oh, dann ist das ein Wagen Nehmen wir mal mit hier Der Gegner ist bei halber Energie Oh, oh Hä? Ja, ich fahr dann vorbei Ihre Gegner haben noch einen Energiekern übrig Energiekerne sind auf dem Weg Ja, ich hab mich schon verarscht 1-1 Ja, ich hätte mich eigentlich irgendwo hinstellen sollen mit dem Jeep da Und dann hätte ich da irgendwo rumballern müssen Und so, was ich gemacht habe, war ziemlich doof Energiekerne sind bereit um gesichert zu werden Wo? Wo sind die Energiekerne? Da Okay, gehen wir mal hin Wie schmeißt der die? Die Team benötigt noch einen Energiekern Ach so schmeißt der die, okay Linke Maustaste Er fiel gekriegt, das habe ich gerade hier nicht In dem Spiel Eigentlich bin ich die ganze Zeit nur draufgegangen Aber macht da nichts Cool Okay, so macht man das Ihr Team hat gepunktet Energiekerne sind auf dem Weg Einfach geht's ey Okay, 3-1 Einen Match mache ich glaube ich noch Mal gucken, ob da eine andere Map kommt Mal schauen Ja, es lag jetzt nicht an mir, dass wir gewonnen haben War ich mein letzter Ah, Mann Habe auch nur auf den Sack gekriegt Naja, aber wir haben es Insgesamt teammäßig war es ja gut Also Können wir jetzt nicht beschweren So, sonst habe ich halt nichts hingekriegt Abschlüsse 2, Tote 7 Ja Bestes Match ever So, gehen wir direkt ins nächste Vielleicht wird es da jetzt ein bisschen besser Oder auch schlechter Mal gucken, werden wir sehen Mal schauen Hauptsache das Spiel stürzt nicht ab Wenn das Spiel abstürzt Dann ist das leider so Dann wird es halt komisch gecuttet Hier und dann ist gut So, essen wir mal frühstücken Und zwar So, dann können wir jetzt ein bisschen So, sind wir mal gespannt, ob das hier irgendwie noch zu steigern ist meine Leistung. Komm schon. Gibt es auch Sachen, die gerade zu holen sind. Ich glaube, ich kann auch irgendwie eine Boni einsetzen, glaube ich, ne? Doppelte EP, bestätigen. Ist das nur für ein Match oder für mehrere Matches? Egal, habe ich es, glaube ich, aktiviert. Egal, ich weiß nicht, ich kenne mich halt mit der Materie noch nicht aus, hier mit den Extras und so. So viele Extras gibt es hier ja nicht, aber wenn ich da schon mal was habe, dann kann ich es auch mal kurz aktivieren. Ah, okay. Catch the flag. Das wird dann wieder, das wird wieder extrem anstrengend, glaube ich. Ja, aber vielleicht kriege ich mal ein paar Abschlüsse, mal abwarten. Mundspiel, mach hin, ne? Keine Zeit. Mundspiel, mach hin, ne? So, Team Adler. Wos geht's. Ihre Flagge holen, unsere verteidigen. Genau. Wenn wir mitfahren. So, fahr ich. Wer fährt? Ein schnelles Ende. Der Gegner hat ihre Flagge. Hey, lass das. Wo ist die Flagge? Rück zurückgebracht, okay. Ach, im Mund assist, ey. So, wir müssen uns hier reinstellen, die Flagge zurückzuholen. Machen wir mal. So. Irgendjemand erwischt, das ist auch schon mal gut. Oh, da haben wir einen Raketenwerfer oder was. Was ist das für eine Kackwaffe, ey? Was ist das? Fleischspäße sind eine hohe Kunst, Spaten. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Na ja, gut. Ein bisschen was hingekriegt, ist das schon mal ganz gut. So, Flagge zurückgeholt, auch gut. Ja, wir haben noch nicht nur das einzige Mal die Händersche Flagge geholt. Nicht so gut. Verteidigen, ja. Da steckt die Flagge. Bodenfahrzeug ist auf dem Weg. Bodenfahrzeug ist auf dem Weg? Ich würde auch ganz gerne mal die Flagge jetzt irgendwie einsammeln und den Gegner mitnehmen. Oh, yeah. Da habe ich doch was gesprengt, ne? Schade, dass man Leute nicht wiederholen kann hier. Das wäre natürlich auch ganz cool. Dass man immer wieder respawnt auf der anderen Seite. Aber es ist halt Halo, ne? Das ist halt eben Standard, ne? Das kennt man halt seit eh und jeher, dass es so läuft. Ist nichts, wo es mal geändert wurde. Ich glaube, das wäre auch nicht so viel Chaos, wenn man wiederbeleben könnte. Was ist das hier? Schreiber. Oh. Ich habe keinen Assisten gerichtet? What? Tja, es spielt sich nur alles auf unserer Hälfte ab, da. Der Abwehrkampf, um die Flagge zu verteidigen. Dann gehen wir mal dahin und probieren mal was, ne? Haha, verarscht. So, da hinten kommt noch einer. Eie, Karamba. Ja, toll. War ich zumindest mal an der Flagge. Das ist alles schon mal eine gute Sache. Sieht aber sehr hart nach einem Unentschieden aus bis jetzt, ey. Ich hoffe, wir sind versichert. Oh nein. Da muss man doch irgendwie zur Flagge kommen können. Mann. Gibt's doch nicht. Menno. Da kommt auch keiner hin von uns, ne? Sind wir eigentlich aller weniger? Ich glaube schon. Was mal. Sorry. Sorry. Bodenfahrzeug angefordert. Boah. Wo war das denn jetzt schon wieder? Huiuiuiui. Hahaha. Was war das denn? Geiler Move. Also im Moment kommen wir echt nicht voran, ey. Das ist einfach nur hartes Kloppe hier und Abschüsse vom Feinsten. Aber das eigentliche Ziel wird gerade nicht erreicht. Schon ein bisschen blöd, um ehrlich zu sein. Auch wieder geballert hier. Da schießt da irgendjemand nach. Von oben runde. Ohne. Ah. Ohne. 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 Hilfe! Das ist schlecht. Nein, da kommt auch keiner! Hilfe! Tja. Geht das zumindest ein Punkt? Nö. Ja. Der Gegner hat seine Flagge zurückgebracht. Super. Noch 8 Minuten, ey. Was gibt's dann? Unentschieden, was ist dann dran? Der Gegner hat ihre Flagge. Gegnerischer Flaggenträger entdeckt. Da kriegen wir einen Punkt, in dem ich nochmal die Flagge wieder save. Oh, da kommt auch irgendwo einer. Der Verbündeter hat unsere Flagge zurückgebracht. Bodenfahrzeuglieferung bestimmt. Vollausstattung. Der Gegner hat ihre Flagge. Schon mal gar nicht. Da haben sie echt mit einem 3er-Team grad probiert die Flagge zu holen. Gar nicht schlecht. Aber hat nicht funktioniert quasi so lange. Flagge zur Basis zurückgebracht. Zurück wo sie hingehört. Das war das. Das war das. Die Waffe ist ganz zu fies. Doppel-K.O. Sowas liebe ich ja. In jedem Spiel. Eiei. Eiei. Ja Punkt, in mir sieht's toll aus. Aber wir kommen nicht voran. Das ist echt blöd. Da geht keiner zur Flagge. Da wird sich nur gegenseitig abgeschossen. Das war's. Das ist nervig. Der Trick für mich auch ganz geil. Der Trick für mich auch ganz geil. Der Trick für mich auch ganz geil. Ein bisschen lediert schon. Aber egal. Au. Au. Kokel die Kokel. Au man. Der Gegner hat ihre Flagge. Sieh da. Ein gegnerischer Flaggenträger. Das geht natürlich nicht. Schmach. Hm. Dein Verbündeter hat unsere Flagge zurückgebracht. Das Da licht'n hier alles rum ey, da kann ich mir ja nicht ausruhen hier. Uuuuh. Okay. Ich weiß gar nicht von wo die überall dann auf einmal schießen ey. Mist ey. Das wird auf jeden Fall noch ein übler Showdown hier, das ist jetzt schon irgendwie. Aber wir kommen nicht voran ey, das ist echt nervig. Stachelgranaten erhalten. Das ist ein bisschen nervig gerade. Eigentlich muss man... Der Gegner hat ihre Flagge. Er hat's probiert, er hat's probiert. Hat Gott sei'n nicht geklappt. Flagge zur Basis zurückgebracht. Zurück wo sie hingehört. Genau. Genau. Jetzt kommen sie wieder mit dem Trupp. Hohohoho. Alter, einfach auseinander genommen. Ja gut, dass sie noch da war. Nicht mal beschädigt. Da kann mein Kameraden fallen. Der fliegt mit nem Vogel weg. Wird er herkommen. Wird wieder einer rumfliegen hier? Oh je. Keine schöne Art abzutreten. Oh komm, ey, da war ja so viel klebter an dem Drammen ey, und ich krieg ihn nicht platt. Das ist ja ungefähr wieder hier. Abschluss 16. Zwei Minuten. Ich probier's nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich dann auf so'n Fahrzeug steigen kann mit der Flagge. Ich glaub nämlich nicht, ne? Das geht nur als Beifahrer. Nein. Ich glaube, das gehört uns. Nein! Ich bleib da in so'n Scheiß-Ding hängen, Mann! Ohohohoh. Ohohoh. Der Gegner hat seine Flagge zurückgebracht. Mhhhhh. Deinemogranaten aufgenommen. Toll. Mist, Alter! Neff klappt mich ein bisschen ab. Ja, ich komm schon mit. Ruhige Hand, Spartan! Wir probieren's nochmal. Alter, das ist so krass, Alter! Da kommt da ein so'n Luio-Merke, ey. Und schießt uns erstmal direkt in den Arsch, ey. Alter! Man merkt vielleicht auch, dass ich langsam ein bisschen genervt bin. Weil das nicht so funktioniert, wie's soll. Das ist leider so. In einigen Spielen. Hier auch. Oh, das ist jetzt ein Sniper. Noch eine Minute. Oh, das schien mir überraschend. Der Gegner hat ihre Flagge. Der gegnerische Träger hat sich enttappt. Gegnerischer Flaggenträger entdeckt. Erwischt? Ja, der ist doch noch. Alter, was geht hier ab wieder? Ja. Drei Sekunden noch. Mal gucken, was dann passiert. Hab ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Erstmal das ganze Spiel durchzieht hier. Der Verbündeter hat unsere Flagge zurückgebracht. Ach, die schießen die Wagen auch so in den Arsch sofort, Alter. Das ist so übel. Verlängerung auch noch. Verlängerung auch noch. Maschinengewehre stehen Ihnen, Spaten. Neustart. Was macht man hier? Hä? Keine Ahnung. Ach ja. Eieieieiei. Auch noch eine Verlängerung. Ich wollte keine Verlängerung haben. Der Gegner hat ihre Flagge. Der Gegner hat ihre Flagge. Der gegnerische Träger hat sich enttappt. Was wollen wir jetzt mit einer Verlängerung, Alter? Ja. Boah. Das ist ja richtig anstrengend gerade. Capture so Fläche. Ja, vielleicht später. Ja, aber die gefällt mir die Waffe auch nicht so wirklich. Die wechselt nochmal aus. Ich hol' ein bisschen mehr rein. Oh ja, ich probier's nochmal mitzukommen. Mähren Sie sie nieder. Oh. Oh. Na ja, haben wir ein bisschen die ganze Krams auf mich, auf uns gelenkt hier gerade. Aber unsere Teammates machen gerade nichts draus. Schade aber auch. Aber so schlecht war das gar nicht. Ein paar weggeholt und so. Noch eine Minute. Die Leute haben die gegnerische Flagge erobert. Tja. Zieh da nicht rein. Boah, ist viel zu schnell kaputt gegangen. Ich werde immer vom gleichen abgeschossen anscheinend. Ist das der erste bei denen? 30 Abschluss hat der. So, Feierabend oder was? Unentschieden. Ja, unentschieden. Alles klar. Ja, so kann's gehen. Hat lange genug gedauert. Aber man kann sich hier gut einspielen dann. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber, äh, ja, unentschieden ist natürlich ein bisschen mau, ne? Aber das lassen wir so stehen. Das hören wir auch auf. Genug gesehen, genug gezeigt. Weil jetzt hole ich da noch ein bisschen zum Ende hin. Ein bisschen ungehalten. Deswegen lassen wir es ja nochmal. Soll ich noch eigentlich extra aussehen? Ich bin raus von mir abgeschlossen. Nö. Nö, gar nichts. Ist doch ewig, bis man hier fertig gelabelt hat. Achso, wir wollen Statistiken noch angucken. Mist. Äh, ah, hier. So. Abschlüsse 24, Tode 17. Okay, so sieht's aus. Ich hab ganz viele komische Sachen gekriegt hier. Naja, ist ja okay. So, danke fürs Zusehen. Politisches Spiel selber aus. Wie gesagt, es ist echt gar nicht so schlecht. Äh, und, ähm, dann erstmal bis zum nächsten Mal. Danke für den Support und reingehauen. Tschüss. Tschüss.